Bitte starten mal 4 und reißen sich auf die Karte von Regina Reiswig und Andreas Meier. Und das sind bitte auch die Kirche aus Freitag. Lena Wolf und Tim Dever, bitte starten mal 540. Ja, 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 bitte starten mal 540. Nichts, nicht, nichts, 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 nichts. Die letzte Runde Juniors haben wir vielen Dank mit Herrn aus Iserlo und heute in den Stadtmannen 34 und 43.